In grün mit weißem Latz. So kommen die fünf Wismut-Maschinen daher. Sie sind, wie die erste ihrer Familie, mit V300 beschriftet. Auf DB-Gleisen dürfen sie nicht mehr fahren. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 100 kmh begrenzt. Matthias Zingel, stellvertretender Anschlussbahnleiter, ist mit der Geschichte der Wismut vertraut. Also im Jahr 1991 ist der letzte Erdzug hier auf der Wismut-Anschlussbahn gefördert worden. Und seitdem ist es also so, dass die Anschlussbahn sich im Prinzip vorrangig mit den Transporten von Sanierungsmaterialien, Abdeckmaterialien für die Flächen- und Haltensanierung beschäftigt. Wir haben bei der Anschlussbahn fünf Lokomotiven der Baureihe V300 in Betrieb. Die sind in den Jahren 1997 bis 2001 von der Deutschen Bahn AG gekauft worden. Haben also alle ehemalige Betriebsnummern der Deutschen Bahn. Sind bei uns natürlich intern umgezeichnet worden in das Nummernschema, was hier bei der Wismut verwendet wird. Und die Lokomotive sind also vor ihrer Inbetriebnahme hier bei der Wismut-Anschlussbahn aufwendig modernisiert und remotorisiert worden. Also es ist anstatt des ursprünglichen 16-Zylinder-Columna-Motors ein 6-Zylinder-Reindieselmotor von Caterpillar eingebaut worden. Beeindruckend ist der Startvorgang. Was passiert jetzt? Jetzt wird der Dieselmotor vorgeölt. Und anschließend, wenn ein ganz bestimmter Startöldruck erreicht ist, wird der Dieselmotor durchgedreht. durch die Lichtanlassmaschine und nimmt dann, wenn alles funktioniert, das hören wir hoffentlich gleich Zündung auf. So, jetzt hat der Motor Zündung aufgenommen, jetzt läuft er rund. So, jetzt wird der Motor Zündung aufgenommen, jetzt wird der Motor Zündung aufgenommen. Schmierchau ist der zentrale Punkt im heutigen Bergbahnnetz. Lokführer Mike Steudl hat heute Dienst. Seit Jahren fährt er auf der Wismut-Bahn. Er kennt sich aus. Die Züge haben in einem beladenen Zustand eine Gesamtmasse von 1300 Tonnen. Und in Bezug auf die Streckenklasse sind diese Maschinen, die V300, optimal. Das sind sechsachsig, haben dadurch eine relativ geringere Achslast. So, und wir erreichen, gut, mit optimalen Schienenverhältnissen natürlich. Das ist natürlich eine Durchschnittsgeschwindigkeit am Berg, so um das 35 kmh, um das 40 kmh. So, jetzt geht's ¡icherei! Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wismut V300 ziehen auf der alten Anschlussbahn Sand- oder Kieszüge ab Keiner zur Ladestelle Erzbunker. Die Strecke ist aufwendig saniert und für 20 Tonnen Achsfahrmasse ertüchtigt. Also genau das Richtige für die schweren russischen Lokomotiven. Untertitelung des ZDF, 2020 In Keiner werden die Wagen mit Sand beladen. Auch das Rangieren übernehmen die grünen Ludmillers. Wagen für Wagen wird automatisch gefüllt. Gefordert ist nur der Lokführer. Noch 2 Meter, noch 1 Meter und halb. Also als Kind hat man die ja tagtäglich gesehen. Die Maschinen, selbst uns, wir sind ja weit über 30 Jahre alt und verrichten noch tagtäglich zuverlässig in ihrem Dienst. Also sprich, selbst bei unseren Maschinen, bei der Wismut, hat sich diese Umrüstung auf Caterpillar-Motoren auf alle Fälle bewährt. Die Leistung ist zwar jetzt nicht ganz dementsprechend wie die Maschinen mit Original-Motorisierung. Original haben sie ja auch so unter 3000 PS, unsere haben 2600 PS. Reicht aber für unsere Züge hier durchaus aus. Also es ist, wie gesagt, vom Feeling her einfach gestrickt, aber robust gemacht. Halt russisch, das soll in keinster Weise abwertend sein. Aber wie gesagt, allein der Sound ist schon beeindruckend. Zago 53, ruf Zago 5. Und, Zago 5, Mike. Ja, Conny, wir wären dann soweit. Abfahrbereit mit dem 36er. Dann könnt ihr immer gleich zum Fluss fahren. Juppie. Zago 55, ruf Zago 5. Und die Zago 5. Ja, 39er, abfahrbereit. Und mit 39er, abfahrbereit, jammel. Und mit 39er, abfahrbereit, jammel. Ja, die Steigung hier von der Verladestelle von Gleis 91 bis hoch nach Warnigswalde ist schon recht beachtlich. Also ich denke mal, die wird man mit auch einem Anschlussbahnbetrieb ergeblich suchen. Also die ist jetzt hier aber ganz schön beachtlich. Demzufolge ist auch hier bloß die Geschwindigkeit von 50 kmh vorgeschrieben. Bis Ende 1990 wird im Ronneburger Land Uranerz gefahren. Und in die damalige Sowjetunion abtransportiert. Zurück bleiben offene Gruben und 311 Millionen Kubikmeter Haldenmaterial. Die heutige Wismut hat nun seit 1991 den Auftrag, das Abbaugebiet zu sanieren und zu rekultivieren. Die Transporte der Füllstoffe werden seitdem über die alte Werkbahn abgewickelt. 2014 soll Schluss sein. Die Stadt Hecht Die Stadt Hecht Untertitelung des ZDF, 2020